so moin herzlich willkommen hier auf der crazy land multiplayer heute starten wir mal eine große vorstellung eines vielleicht sagenhaften mods so kannst gas geben hier kommen so also hauptakteure ponzi radlader jens natürlich ein dieselfass und das ganz neue beast von fm modding das werden wir jetzt mal ein bisschen probieren was das denn kann und was da so abgeht ich habe mir heute mein new holland geholt gestern hatte ich glaube ich einen anderen gehabt ach ja gestern hatte ich den jcb gehabt mir scheint dass der new holland weicher ist im lenkverhalten aber das muss man nachher mal sehen wenn man die ersten stämme reinwirft wie er sich denn da verhält so dieses olle beast muss man erst mal auftanken dafür haben wir uns von der biofabrik da wir sind ja selbstversorger haben wir uns erst mal einen tankwagen voll sprit geholt was wir noch da gehabt haben und da wollen wir jetzt mal sehen ob das nun so funktioniert ich glaube jenzer sagte du kannst man muss ihn hinten quer vorstellen glaube ich so hatten sie das beschrieben und dann kannst du ihn da auch eigentlich denn auch stehen lassen man muss doch mal sehen wie das funktioniert ich muss erst mal unseren herbert erst mal entlassen hier nicht dass der mir hier immer da ran fährt wo ist er überhaupt und sie ist weg und sie ist weg wo ist er hin und muss ich mal gucken und schau ist das denn nun wieder mein ponzi ach guck mal hier von sie hat sich verfahren das tut mir leid komm mal her ponzi geht auch nicht ne komm mal her er wurde schon vorwitzig wollte er schon anfangen da bei der gärtnerei schon ein bisschen zu fällen aber das geht natürlich nicht du kannst ja nicht machen was du willst so dann fahr ich ihn mit selbst dahin das stück mein süßer ponzi ich weiß nicht hast du schon gucken können hast schon tanken können ja das soll irgendwie unten sollen schriftzug kommen wenn ich das richtig gesehen habe ne warte mal das war irgendwie war das anders gemacht warte mal ich steig da mal rein bei mir rein ne da hier bei dem teil hier irgendwie war das glaube ich gewesen war das glaube ich gewesen war das übernommen du kannst nämlich auch über den lkw tanken wenn ich das richtig gelesen habe abkoppeln geräte auswahl moment mal das war doch irgendwie so ganz merkwürdig oder hängt das dann mit der klappe zusammen also dass man immer so eine unruhe hier rein bringen muss und das verstehe ich nicht so ganz ach guck mal hier hier ist doch bitte erst das zug fahrzeug abhängen meine tolle wurst man möchte mal abhängen ich hätte eigentlich gedacht dass du das irgendwie äh dran lassen könntest aber naja gut warte mal ich komm gleich so hängen wir ihn mal ab dann machen wir ihn aus und dann gehen wir mal zurück so und klappe ist ja noch offen so dieselaggregat starten geht nicht ohne diesel aber er muss ja erstmal diesel ja nun komm mal ran gefahren mal sehen was er nun macht er muss ja irgendwie muss er ja tanken unser bus das geht nicht mit dem umhänger zeigt er da was an bei dir feldkauf dieselaggregat füllstand diesel null normalerweise normalerweise hm das ist schon merkwürdig zue ich nichts an da halt stopp ja da ist er tanken jetzt müsste er bei dir abziehen genau ja da sieht ja komisch komisch gemacht wo musst du jetzt wo hast du jetzt stehen müssen hier warte mal ah ja ja ich sehe oh der wackelt ja auch so böse mal alles reinhauen ne mal alles reinhauen ne so ist voll oder ist leer ne ich hab doch drinnen 3477 ja dann hat er 500 Liter glaube ich ne ja so dann kann man mit C warte mal auf jetzt werde ich mal den Ton mal lauter machen weil jetzt wird das wirklich interessant glaube ich ich mach den Ton mal auf 10% zurück so ah ja man kann das hören sehen kann man es auch oben mit dem links so dann muss man die Stützfüße ausklappen muss natürlich blöderweise dicht bei sein dann klappt die mal aus so drüben auch so aha den hebt er das ganze Ding an ho ho ist ja geil ne monstrum so und dann das Rohr ausfahren dann mal mal helfe der hat was das Teil du wenn der auch so läuft so und dann B ist Häcksler anschalten und dann dann geht aber richtig zur Sache oh hier ich weinte aber doch ho 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 geil so wo ist denn Ponzi nimmst du dir Ponzi ich werde noch mal ich muss noch mal einen Hänger holen oder welche soll ich nehmen auch hinten von der Wiese ne hier oben steht auch noch einer glaube ich ne die Bäume ne oben beim Tierhof steht noch einer leer glaube ich oder warte mal hier unten müsste auch noch einer stehen ich hätte doch die Hackschnitze gemacht da hinten ist er da da habe ich keinen Dreck aber da hinten ist er da wo ist er hin da hinten steht er noch hier steht gar nichts wo ist denn der Fendt die aufgefüllt haben Diesel ach so ja genau ich höle mal einen Baum ja hau mal einen Baum um so wo ist denn mein Fendt auf da da auf wo ist denn wie du das das du w 5 Meter oder? 4 Meter! 4? 4 Meter! Ach du wirst doch noch voll hier das Scheißding. Ach nee du. So ein Kacke. Na macht nichts. Wir wollen ja auch nicht mit so wenig losfahren. Man sieht aber aus den anderen. Oder ob die ein anderes Partikelsystem verwenden. Was kannst du da hinwerfen? Schmeiß mal da hin. Die kommen da hin. Wollen wir mal sehen. Schmeiß mal da hin. Jaen, dass ihr benutzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war schon mal ein Satz mit X hier wieder. Oh! Und mal sehen was er jetzt macht. Also Qualm tut er ja mächtig. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jo, knall da gleich rüber in den Hänger, echt toll, also muss sagen, Hut ab, Hut ab vor FM Modding, die machen immer echt gute Sachen, schickes Teil, so. So, nun ist denn der Hänger ja auch, ah, zwei Stück müssen ich nochmal haben, wo bist du denn? Oha, hier. Ah, guck mal, macht der mir schön auf den Haufen rauf hier, der Junge. Scheiß Baum ist ein Weg, ich seh gar nichts. So, mal sehen hier, wenn man ihn jetzt so nimmt und dann so... so rüber zieht, dass er ihn da zu fassen kriegt. Und dann fährt man im Lüttbeeten zurück. Kippt ihn noch weiter rum. Oh, Mann. Geht doch. Also, vier Meter Längen sind gut. Ich weiß jetzt nicht genau, huch, ob man vielleicht auch sechs Meter nehmen könnte. Warte mal. Hm... Das sieht ja böse lang aus, ne? Da fährt er vielleicht schon wieder runter. Also, du kannst auch mal, kannst du auch fünf Meter schneiden? Warte, da muss ich mir erst fünf quallen. Bei Augen quallen. Fünf? Oh, heftiges Teil. Guck, und jetzt macht er das in den Bunker rein. Der Wagen ist voll. Und jetzt macht er das in den Bunker rein. Und wenn wir jetzt das da rein tun... Fünf, sechs, sieben, acht und neun. Ja, dann mach mal auf... Mach mal jetzt auch... Mach mal auf fünf. Ob man das auch nimmt. Also, wie ihr seht, das ist nicht unbedingt geeignet für... Für einen Stamm, diese Zange. Man muss da schon zwei... Drei Stück drin haben. Dann ist das perfekt. Aber das geht eben nicht immer so. Also, wir werden jetzt gleich nochmal gucken... Ach, scheiße. Rübergefallen. Mist. Ach, schickes Teil. Wo bist du denn? Da? Aber jetzt kommt der Fünfer. Das sind jetzt Fünfer? Ja, jetzt kommt der Fünfer. Das sind jetzt Fünfer? Ja. Dann fahr ich mal von hinten rum ran. Dann fahr ich mal von hinten rum ran. Rimbus 2. Drei sind es. Drei? Sind es noch. Ja, so geht das ganz gut. Das ist nicht richtig die Mitte, wa? Scheiße. Ach, da habe ich schon... Da habe ich schon erste verloren wieder, Herr Dussel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ganz toll auf sowas. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. 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 Ja.